Für den Kübel müssen Sie Obstgehölze auf schwach wachsenden Unterlagen kaufen. Jetzt gibt es auch noch wurzelnackte Bäume. Sie sind billiger. Neue, feine Wurzeln bilden sich schneller, wenn Vertrocknetes weggeschnitten wird. Setzen Sie wurzelnackte Gehölze dann sofort in den Kübel. Die Veredelungsstelle muss eine Handbreit über der Erde sitzen. Auch bei getopften Obstbäumen mit Erdballen ist das wichtig. Wird zu tief gesetzt, können Wildtriebe aus der Unterlage austreiben. Also immer die ursprüngliche Pflanzhöhe des Containers beibehalten. Ausreichend Feuchtigkeit fördert das rasche Anwachsen.